gute flanke guter abschluss und wölfli hat das nachsehen und sieht nach wie der ball an seinem rechten torkosten vorbeikuller dabei wahrscheinlich noch hallo sagt schauen sie so knapp war das alex frei mit dem abschluss nach knapp 17 minuten schön wie sich die berner durchspielen toll gemacht war das klasse von costanzo toll das zusammenspiel hier noch mal das ist simpson ja schön gemacht von simpson und das dann so lässt sich da nicht zweimal bitten der ausgleich 1 2 1 shakir ein typisches jakiri tor ist man versucht zu sagen von rechts zu mitte ziehen und dann mit dem starken linken fuß abziehen so hat er einst gegen england wurde geschossen so hat er jetzt auch mit dem fc basel gegen young boys betroffen scherzern jakiri profitieren kann gut schön gespielt nächste möglichkeit nicht im tor verliert den ball ist dann so wie käme würde spurten wieder angespielt die möglichkeit und er trifft nur den pfosten wie gesagt mit viel freiheit ausgestattet und dann gibt es wahrscheinlich die gelbe karte und nicht elf meter wenn das ab und heben von marken es war doch ziemlich offensichtlich zweikampf sommer hier keine berührung ein war gesucht die ganze geschichte klar berührt die hand den fuß aber da müssen wir aufhören nie elf meter 80 minuten die chance für die young boys in führung zu gehen das dann so gegen sommer und was dann zu scheitert aber sein club kamerad mit kirje tut es nicht 2 zu 1 für die young boys dann gibt es noch die sause posten schuss normal kippen hätte beinahe seine der mehrere mit einem tor gekrönt aber wölfli hat zusammen mit dem pfosten alles zunichte gemacht hier der schuss von fabian frei den wölfli an den pfosten lenkt und dann chipper fields der direkt in die arme von wölfli schießt